So, hallo und willkommen zurück zu Terraria mit dem Jan, dem Timo, dem Lukas und mir. Lukas ist neu, er hat ne Regenaube. Lukas ist neu, den haben wir auf ne anderen Welt mal ein bisschen hoch gepusht, als er jetzt so ungefähr bei uns ist. Er hat sich für Magier entschieden. Er ist niemals dort. Und ich hab ein neues Ding. Was können denn hier die Geschäfte? Was hat der den Schuh nicht? Ach, apropos, da muss ich noch was verkaufen. Hey, wo ist das? Oh, so schick ist Timo's Greifhaken. Ich geh jetzt mal ganz nach unten in die Höhle und baue mich dann noch weiter. Oh, den Vier, hey. Timo, kommst du mit? Ja, hier aber direkt an unserem Spawn, also hier direkt neben unserem Haus ist ganz viel Sinn gewesen. Ernsthaft? Warum ist der Medi-Ware denn so teuer? Ähm, okay, ich bin da mal dafür, dass wir jetzt wieder die Orgenfarmen gehen, beziehungsweise, ne, warte, das ist Tag. Ja, richtig, deswegen bin ich doch gerade in unsere Höhle hier am Absteigen. Ja. Ich komme. Aber im Gegensatz. Ich bin immer alle im Blau jetzt. Habt ihr noch irgendeine Zack oder so einen Scheiß für mich? Ne. Ne, ich kann es selber machen, äh, liegt in der oberen Kiste von allen Kisten. So, nochmal kurz Aufklärung. Ein Timo hat, äh, ne, Lucas ist zwar auch Magier, hat aber einen anderen Zauber als Dich. Ich will eben diesen Penetrator-Zauber und Lucas hat so einen gelben Funkel, weil... Was habt ihr für eine Farbe ausgewählt? Blau? Blau. Ja, immer noch. Ey, Timo, wenn du Spinnen siehst, du musst da unbedingt rein, da sind so geile Sachen in die Spinnen. Ja, war ich schon, aber da war nichts. Ähm, Jan, kannst du mal Rüstung craften? Äh, wir haben selbst noch keine Rüstung. Nur Timo. Ich hab ne Schattenrüstung. Ja, weil Glück hatte. Ne, aber nur das Oberteil. Ähm, wo ist es mal so? Höhle. Ah, ah, okay. Okay? Warte, ich geklärt, ich hab mir verkaufen. Warum schießt ich abwisch? Ne, mein Magier sauber. Hab verstanden, da ist Ende. Gut. Ähm, Lucas? Ja? Ich bin dafür, dass du den nächsten Magier teile, weil ich hab schon fünf Mana-Sterne. Okay. Ich hab fünf Mana-Sterne. Was bringt eigentlich diese Spike-Sue? Na, das ist auch rumgelaufen. Ich hab Spike-Loss. Übermerkt. Ach, Timo, man kann sich so an den Wänden kurz festhalten. Ja, schön. Äh, Spike-Loss. Ja. Klaus und Schuße. Ja, das hab ich. Ich will dir mal richtig einen geilen Trick damit sein. Es ist das. Ich hab die mal ganz am Anfang gefunden. Ich geb dir ja auch gleich zurück. Warte, ich will ja, wenn du was richtig cooles zeigen, was du nicht machen kannst. Warte. Wieder so ein Bug, äh. Keine Bug, wie geil ist das? Ich kann mich an Wänden festhalten und hochschubsen. Ja, ja. Das mein ich ja. Wo bist du? Wo bist du? Warte. Ah. Ach, da unten seid ihr alle. Seid ihr alle da? Ja. Ne, du. Ähm. Geht's denn hier weiter runter? Thomas, ich komm mal, warte. So nah kommt es ganz schön dran, glaube ich, weil ich jetzt mit meinem Haken hier runter gesprungen bin. Ich kann grad irgendwie nichts platzieren. Oh, ne goldene Truhe. Jan, die goldene Truhe im Wasser hast du schon abgebaut, ne? Ja, schon. Ich hab ne goldene Truhe im Inventar. Ne, abgebaut ist die Truhe. Ja, ne, die hast du aber bestimmt nicht mehr an mich. Jetzt konnte ich passieren. Wer ist denn hier verreckt? Wahrscheinlich ich oder so. Nein! Nein, Mama! Nein! Du, ich bin auf dem Weg. Ja, schön. Ach, ich find's toll, dass man jetzt über 250 Alten stapeln konnte. Jetzt sind die Schuhe nicht mehr so schnell voll. Ich hab ne Engelstatue, Lukas. Was? Ich hab ne Engelstatue. Ja, die bringen auch total viel. Gib sie mir! Oh, da unten ist Spider-Man. Spider-Mans Ruhe. Oh, jetzt hab ich den verstanden. Oh, hat über lange dauert, ey. Ich hoffe, dass der so schlecht war. Ich mag schlechte Witze nicht, deswegen verstehe ich's nicht. Tja, ne, würde ich nicht mehr zu tun. Der war eigentlich schon gut. Ich hab letztens mal diesen Stein abgebaut, ne? Damit man ins Wasser fallen kann, oder? Ja. Ja, aber das geht auch nicht bis ganz unten. Irgendwann musst du deinen Haken mal benutzen. Ich hab's nicht mehr. Ich will die Spider-Mans Ruhe unten ausplündern. Hallo. Nein, ich hab hier nicht einen Strich gezogen, Jan. Das sieht nur so aus. Oh. Damit ich hier an das Platinoahre komme. Geh weg. Das sieht nur so aus. Äh, du kommst mal den Weg auf mein Handy, die wieder aufgarten. Wenn du Sachen mit Magie tötest, kriegst du auch noch Magie dazu. Nochmal, ich hab... Wenn du Sachen mit Magie tötest, kommen da manchmal so blaue Teile raus. Also bleib auf kleine Sternchen und kriegst du 100 Mana wieder regeneriert. Äh. Hm. Ist doch. Alter, was hast du da von geilen Zauber? Das ist der Penetrator-Zauber. Den kriegt man von diesen Kugeln da beim... Kürmchen. Hier runter ist irgendein Erz, oder? Äh, Eisen. Gut, dann lass mal rum. Oh, ich bin fast. Hast du komisch hier grüne Stickies? Äh, ja, warte. Gut. Lukas, du hast schon mal Tab gedrückt? Was hab ich gedrückt? Tab. Lol. Ich hab die Karte nicht an, die stört dich irgendwie. Dumme! Fledermaus! Äh, Lukas, vergessen wir, dass du das aufnimmst. Oh, hier sind voll die Spinnen, Alter. Voll die Spine, Alter. Voll Spiderman, ey. Hier ist voll Spiderman! Wow! Nene, 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 nene. Dumme, du bist doch der Spiderman. Ach, da unten ist ein Lamaschleim. Lukas, lass die Mecha-Pustbauern. Hier gucken... Oh, ich hab Lava gefunden. Ich muss mal hier hochkommen, ne? Oh ja. Ja, ich komm wieder. Warte, ich hab den fest, du als Zauberst. Bläder, Alter. Wie artig. Schön, Alter, schön. Das ist einfach ein Loch. Hm, hier ist leider keine... Nachteil, ich hab... Ja, Wormteil ist noch. Nachteil ist halt, ich hab mit dem... extrem kurze Reichweite. Oh, ich hab ne Bombe gefunden. Ja, du willst Terrorist. Nicht erinnern? In meinem Bunkern. Ey, ich hab nen Haken gefunden, jetzt kann ich mir sogar einen Oldschool-Eisen-Greifhaken machen. Ich hab einen Spider-Man-Haken. Äh, Jan, kannst du mir mal so ein paar grüne Stäbchen geben? Ne, ach so, ja, warte. Die sind ungefähr aus dem Wasser raus. Hey, ich hab das erste Mal Lava gesehen. Glückwunsch. Hey, was ist das? Nein! Gott, ey, das ist voll der Müll, da runterzuspringen, ohne irgendwas, was sich auffangen kann. Nur ne Haken wär ganz praktisch. Ähm, fuck. Ich muss mich nochmal kurz trennen, da mein Internet wieder geil ist. Oh, ey, fuck das up, ey. Ja, das ist Terraria, Timo. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Was hast du gemacht? Jetzt der nächste Timo. Ja, das ist doch Müll, ey. Da muss doch runter springen, weil, was weiß ich, wer immer kreuz und quer baut, äh, buddelt, was weiß ich wie. Und, ach. Müll, weißt du, ich hab noch nicht mal irgendwelche, äh, Schuhe, irgendwelche Wolkenschuhe oder sowas. Ja, normalerweise müsstest du auch einen Haken haben. Jan hat doch jetzt einen Haken. Ich glaub, ich kann jetzt Timo einen geben. Ja. Ach, warte, mein, ich hab gar nicht mal Spikeschuhe geben. Äh, meinst du Spikes, oder? Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall sind das irgendeine Spikes. Ja, dann hast du so eine kleine Hand. Oh, das ist eine neue Spinne. Spinni, Spinni, Spinni. Warte. Okay, das wird schnell kommen. Indem wir den Timo hier etwas herstellen. Vorsicht, da kommt eine Spinne irgendwann, Timo, wenn du ganz weit unten bist. Ich trau noch nicht mal an, er hat eben bei dir, ey. Ich kann mich jetzt mit der Spinne battleen, wenn ich auch an den Wenden hochlaufen kann. Ach, du mit dem Spiderman da. Ich brauche Eisen. Hab ich den Haken eigentlich dabei? Ja, ich hab den Haken dabei. Äh, was ist denn der nette Timo? Oh, du Scheiß. Kack, Ledermaus. Okay, Greifhaken. Das ist auf jeden Fall schon mal Lukas. Das ist ein Skeleton. Das ist aber schon die ganze Zeit. Oh, Eisenketten haben eine neue Funktion erhalten. Oh. Platinum, oh. Was auch immer das kann. Hab ich auch. Der Platin, ne? Nein, 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 nein. Ich bin voll OP. Okay, ich muss jetzt zu dem netten Herrn Timo. Hier ist voll viel Lava, ey. Ach, komm mal zu mir, ey. Oh, Gott, Herr, ich bin tot. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, irgendwann weiß ich, was ihr dafür schrecklich erbaut. Wuuuuh! Der hat mich runtergefallen. Der dachte ich einfach so. Ey, Lukas, Lukas, Lukas. Was machst du jetzt schon wieder? Da kam Schleif von oben. Ey, die Goldfläche kann man schön farmen. Ja. Bring auch pro Goldfläche zu entschleben. So, du hast jetzt einen Greifhaken, Timo. Oh, endlich, ey. Ja, ich weiß nicht, wo der Topafaken weggebackt ist. Der Terraria Mocke ist so laut. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hab die irgendwie auf 5% oder so. Ja, ich hab vergesst, dem auszustellen. Hab so gehört, ziemlich weit unten. Also ziemlich leise. Ja, ich auch. Ich hab die auf 5%, wie gesagt. Aber jetzt kann ich auch mal dir helfen, komm, da, ey. Äh, wo habt ihr Eisenbahnen und so gelagert? Äh, wo ist die Tore ganz links? Ja, das Ding rollt halt noch über mich. Obere Tore ganz links, alles klar. Äh, alles schnell stapeln. Ja, das ist so toll die Situation. Oh Gott, die Pfeil fallen scheiße OP, ey. Ach doch, man ist dort? Ja, dann darf ich jetzt da unten weiter mal erkunden. Äh, Team, äh, Lukas ist oben Nacht. Ja, oben ist Nacht. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal kurz farmen. Was? Ach so, ja. Ja. Hat man welche? Wollen wir welche machen? Wollen wir hier ne Kette? Wollen wir hier ne Kette an der Wand? Wollen wir hier ne Kette an der Wand? Das machen wir ja gleichzeitig auch. Weil die den Bereich von Sachen, äh, erweitert. Das heißt, man kann damit weiter... Crawford. Ich hab noch nicht Schuhe, das nervt so. Ich hab dir keine Achter. Doch ich. Ich hab die glücklicherweise gefunden. Gibt's eigentlich diese Sprinterschuhe noch? Ja, die hab ich an. Ja, die hab ich an. Dann hat's, äh... Äh, ich glaub ich geh nicht weiter. Wenn du bei den, wenn du bei den Spinnen bist, dann bist du relativ weit unten. Soll kann man ja nicht nur, äh, nur diese Augen da töten. Und dann musst du mal ein bisschen nach links laufen, wenn du bei den Spinnen bist. Da hab ich irgendwo gebaut. Ach, das ist nur ein Nudelstück, ey. Wohin muss ich laufen? Random irgendwo in der Gegenruhe. Ein Meter war ich denn weit unten. Hab sofort, du tötest irgendwas. 6600. Echt? Wir müssen nur diese Augen da, da ist ein Auge. Ja. Eine Linse. Fehlen noch zwei Stück. Oh, das ist so ein Mutterschleim, ey. Blöder. Ich glaub, der erste Boss wird ein bisschen zu einfach, irgendwie. Oh. Einfach weil wir schwört sind. Welchen wollt ihr denn machen? Das Auge, oder? Das Auge, oder? Das Auge, ja. Ey, gibt doch immerhin Kohle. Ja, Kohle... Der gibt nicht nur Kohle, der gibt auch Sachen für den Nackern. Ich kann's auch am Anfang schon mit Shurikens machen. Ja. Aha, ne Fallfaller. Da hab ich sie immer früher mit Johnny gemacht. Vorsicht da, wenn du irgendwo runterspringst, ist da ne fette... ...Pfeil, ey. Ey, da steht ne Statue. Ich hab nen Stern, Lukas. Aber nicht die Engels-Statue, würde ich sagen. Frank-Statue. Wir müssen mal ernsthaft nen Raum für Lukas bauen, da stehen da nur Engels-Statuen drin. Was ist ein Conchinal-Beatle, ey? Neu. Ist das jetzt extra gemacht worden, dass man einfach gerade auslaufen kann? Ich hab grad irgendwas bekommen, was ganz neu ist. Red Husk. Wird verwenden, mit nem roten Farbstoff zu machen. Ja, das ist ein Farbstoff. Ja, das ist ein Farbstoff. Ah, was ist das denn? Ein Dämonenauge. Töte es! Töte es! Du hast nen Zauberschrab, Alter. Nö, das ist gelogen. Ja, ich hab nen blauen Stern bekommen. Blauen? Ja, den kriegt man immer. Ja? Ja, wenn du Sachen mit Magie tötest, kriegst du ihn relativ voll. Wir regenerieren aber nur Mana. Und Mana soll zwingen. Warte mal auf mich, da kann ich dir sagen, wo du lang musst ungefähr. Aber ja. Ja, ja, du bist da vorne noch. Gibt's doch diesen Spermazauber? Ja. Muss man nicht, glaube ich... Hauptsächlich sagt Spermazauber, aber ihr wisst direkt, was gemeint ist. Ja, egal. Der sieht halt so genau aus. Ja, 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 ja. Oh, du hast ne Darttrap. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, du bist so krass... krass rot, ey. Geh mal raus, du scheiß Dämonenauge. Ich? Ja, du bist so krass... Ich hab relativ gutes Gelingen, mein... Mit meinem Festzeichen-Zauber. Nachteil, wie gesagt, ich hab wirklich gar keinen Reitreiter. Einen Heiltrank oder sowas. Das ist der Tee. Ja, da eingesetzt. Ja, das ist Magier Tee hier. Oh, ich bin da in der Wüste. Nee, hier war's nicht. Hey! Scheiße, ich hab kein Mana mehr. Ich muss mich irgendwie wehren. Nein! Nein! Hallo Dämonenauge. Ey! In Ruhe. Ich werde sterben. Okay. Lukas braucht auf jeden Fall mehr Mana. Die Motherfucker! Ja! Oh, ich bin ne Korruption-Scheiße. Ja! Gut. Fessel hab ich gefunden. Was ist das denn? Jetzt musst du unter die Rüstung ziehen, dann hast du mehr Rüstung. Oh! Oh, ne Fessel! Oh, Timo, komm mal nach hier links. Alter! Oh, bin ich runtergefallen. Oh, du bist doch. Das ist der Läuse. War das knapp. Geht weg. Geht weg, ich mag euch nicht. Ah! Ja! Ja! Das ist ne Dämonenauge. Ich will nicht. Oh, das ist noch ne Pfeilfalle, Timo. Du musst aufpassen. Hey, genau die sollst du doch. Ja, die musst du fahren, Lukas. Die brauchen wir. Uns fehlen noch X-Men 2. Okay. Ja, ich hab ne Linse gefunden. Hast du? Ja, hab ich. Dann fehlt uns noch eine. Oder? Nö! Ich bin so aus dem Tod. Hab ich... Hey, ich hab was gefunden. Das wird euch alle freuen. Was? Irgend so ein unterwürdiges Gebilde. Jetzt bin ich gerade reingefallen. Boah, da sind da mit den goldenen Thron immer drinnen. Ja. Mhm. Das ist sehr schön. Timo, es gibt ein Item, das gibt ein 7 Sekunden Lava-Immunität. Ich weiß. Ich hab das gerade eben... Wie bist du hier weitergefunden? Oh, ne Goldschupe. Ja, ich bin gar nicht mehr. Ich bin schon wieder gestorben. Ey, was glaubt mich an? Alter. Ich hab ne Skelett-Statue gefunden. Wolltest die ganze Zeit abschießen, weil ich mir ein richtiges Skelett gehalten hab. Sie ist halt aus Fan. Wow! Oh, ne Goldensruhe ist ne Flairgun. Äh, toll. Ab Eisen. Ey, Jan, ich hab 48 Domino-Pfeile gefunden. Ach, ne, die brauch ich ja. Oh, mein Gott, die Demonaugen lecken. Bei mir nicht. Huh! Shit. So richtig viel. Gravitationsstränkte zwei Stück, oh, das ist richtig geil. Hm. Wir brauchen halt am Anfang relativ wenig. Und n Bild. Äh. Lukas, du hast ne Linse, ne? Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Es kommen so viele Zombies. Wie sollt ihr Zombie-Fier haben? Ich versuch mal nach hier unten zu kommen. Ah, du kannst hier durch die Lücke springen, ne? Ja, ich brauch unbedingt lange. Ja, ich weiß, deswegen farm ich auch grad Sterne. Da war aber ganz viel Silber und ganz viel Eisen, jetzt warum? Zwei hab ich schon. Zwei noch drei. Ist auch überall Eisen oder so'n Scheiß, ne? Ja, ist mal komisch, ne? Warte drauf, wir brauchen ein Item, was weniger Mana kostet und dafür mehr Schaden macht. Ja, äh, hä? Ist doch die Frage, wo wäre ich? Wo wäre lang? Ah, ja. Oh, ja, wir haben ja auch noch gekauft. Leil, was ist das denn? Ein Zombie mit einem Schleim auf dem Kopf? Was? Meinst du nicht eher so'n... Ja, wie heißt das? Ich glaub, das sind die, dass wir für'n Frust, äh, äh, wie heißt das? Der Fischklass gehalten haben. Oh, jetzt werd ich fast voll in die Lava reingeplumpst, ey. Los, hier müssen noch irgendwo Sterne liegen, der Lukas braucht Mana. Ey, da guck ich das mal an hier unten, ey. Ach, das ist alles unter Wasser. Oh, ich hab' ja jetzt Flares, damit kann ich voll weit schießen, ey. Ach, hast du die noch? Ich dachte, du wär für's gekauft. Ich hab' neu gefunden. Krieg ich wieder ein Gold für? Hast du gefunden? Ja, lass mal hier an, Timo. Ja, da unten ist überall Lava. Signalpistole. Ja, und da drüber sind überall geile Sachen. Die wir einsammeln können. Platinum-Moor, aber ganz viel. Ah, das ist ein Stern. Ah, ah, komm her. Ah. 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 Ähm. Okay, dann fehlen uns jetzt noch zwei Sterne. Vergiss, da ist ein Stern. Ja, das war einer. Vergiss. Okay, wir haben Lukas schon mal einen Mana-Kristall mehr gegeben. Ah, der ist ja auch zauberhaft. Aber vergiss nicht, den darfst du nicht, äh, nachts, äh, nachts, äh, den darfst nicht tagsüber rauswerfen. Sonst ist der weg. Alter, hast du mir irgendwas Damage bekommen? Ja, von dem Gravel, der da runtergefallen ist, äh. Von dem Gravel? Gieß. Ah. Saphire. Ah, hier liegt noch ein Stern. Timo, ich hab weiter, ich hab gefunden, wo wir weitergehen können. Hm. Oh, ich hätt' ernsthaft gern... Aber man kann nur eine Fessel tragen? Ja. Oh, ich bin im Schneegebiet. Zwei Fesselsrang und damit auch die Füße fesseln. Da war der aber schon nochmal. Ja, ich weiß, ich muss hier nur langweilig mehr rausgekommen bin. So, Schneegebiet. Oh, jetzt bin ich wieder hier unten. Mhm. Die Nacht ist gleich vorüber, wir brauchen mehr Sterne. Ja. Okay. Es darf nicht wahr sein. Wer braucht das? Das bringt ja ein Zombie-Arm. What the fuck? Ach, der hat auch noch da. So, jetzt müssen wir uns da hinten runterbauen. Hier liegen noch zwei Sterne. Gut. Los, oh! Ein Zombie-Arm. Ernsthaft? Wie? Boah, Timo, ich glaub' ich krepier jetzt. Nee, das schaffst du. Nee, ich krepier jetzt ernsthaft. Ich hab' gesagt, du schaffst das. Ich glaub' jetzt noch kurz so schnell, es geht durch diese Geschichte. Ich sehe nicht, wo ich bin. Nee, ich krepier. Oh, schnell nach oben an die Luft. Schnell nach oben an die Luft. Oh. Boah. War das knapp! Soll ich hier aufmachen? Komm hier raus! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Timo, Norge! Okay, ich links für rechts. Nee, umgekehrt. Oh mein Gott, ich möchte so was von... Aufgehen. Dann drehen nicht drauf. Ich hab' ne Linse gefunden. Sehr gut, dann können wir schon mal... Haben wir schon mal... ...das... ...boost item. Oh Gott, ich warte, ich hab' ne gute Idee, Timo. Jetzt geht das Ding mit nach unten. Ist grad irgendwo ein Stern runtergefallen. Ja, da, der sagt. Hurra! Nein! Scheiße! Er ist gerade verschwunden. Er ist gerade verschwunden. Listen to me. Jetzt geht auch doch hier. Sollst unsere dichte Quelle nicht abbauen. Ja, warte, ich mach' ne neue. Mir fällt grad auf, ich bin eventuell ein bisschen weit weg. Äh, ja, dann hast du noch Sterne? Ich hab' ähm, sieben Stück. Möchtest du mir die kurz geben? Hm? Lass dich, lass dich doch mal aufhören. Wo hab' ich denn überhaupt so viele Sterne? Ja, ne Jutis, ich will deine Meister reinkommen. Soll wir hier mal reingehen? Ja, ne? Ja, hab' grad überlegt. Ja, warte, dass die unten lang gehen. Ah, stopp! Musst du noch irgendwo einen Stern liegen? Äh, ne, ist schon Tag. Ich war gerade eben zwei Meter vor einem und da ist er verschwunden. Aber man braucht nur noch fünf. Genau einer. Ne, man braucht nur noch fünf, hab' ich doch gerade eben gesagt. Kann man denn das Auge beschwören? Das, äh, eine Linsen? Willst du unter der Lava durchbauen? Ne, ich will nur das Ding da haben. Lukas. Ja. Wie viele Linsen hast du? Lass mal hier runtergraben. Linsen? Einen Moment. Äh, zwei. Okay, dann können wir das schon mal machen. Warte mal kurz. Hast du denn schon ein Dämonen-Altar gefunden? Ja. Wir sind direkt da. Das ist nicht schwer. Wir bauen uns genau dran rein, ey. Voll viel, ganz viele. Ich hab' das Gefühl, dass du dich ganz unterbaut. Ja, hab' Sorge oder gesehen. Mach' erst mal ein paar Löcher rein, dass ich die absnipern kann. Ernsthaft? Warte mal, hat das noch kaputt? Jetzt sniper ich die hier ab. Hab' ihr schon Paße? Ja, ganz viele. Gut. Ich hab' den zweiten Zauberstab, weil ich ne miserabel range. Nein! Nein! Lauf! Komm mal runter. Los, schleudere deinen Zombie-Arm. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde sterben. Hm, da hinten ist Hölle. Hölle hat doch so lilanen Hintergrund, ne? Äh, ne, du dunkel-roten. Okay, dann sind wir nicht in der Hölle. Ja, lass mich 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 in der Hölle. Lukas, hier. Take it. Kekse. Aua, 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 aua. Hast du Licht? Ja. Ich hab' meinen Zombie-Arm, wir retten das. Hm, da unten sollten wir ungefähr nicht hin. Die Zombie-Arm. Zur Hölle? Ja, ich hab' einen Zombie-Arm. Wieso? Ich hab' einen Zombie-Arm. Ja, unwahrscheinlich ist jetzt direkt unter uns auch so ein Fetterlager, aber nicht. Achso. Ne, sehen wir ja. Ähm, muss man richtig gerne reinklappen? Ey, da vorne einfach mal so ein Fetterlager. Unten, zweite Tür, äh, unten, zweite von rechts. Da ist sogar noch einer. Zweite Uhr rechts. Warte, warte. Schnellstapeln. Ja, bist du grad' am chillen. Ja. Boah, Leute, Leute. Machen wir morgen. Schnellstapeln. Folge ist vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.